... zu vermindern. Fanfarenmusik statt Fußball. Das Cottbusser Stadion der Freundschaft war Austragungsort der diesjährigen Fanfaronade, der Ostdeutschen Meisterschaft für Naturtonfanfarenzüge. Bei Naturfanfaren verzichten die Bläser auf den Einsatz von Ventilen. Die sieben Formationen kamen aus Berlin, Brandenburg, Sachsen und Thüringen. Gewertet wurden neben Musikalität und Rhythmus die Gesamtchoreografie, das Marschtrommeln und die Instrumentenauf- und Abnahme. Sieger wurde der amtierende Weltmeister der KSC Strausberg.